Ah, oha, was ist der da drin? Wie ist die? Der ist nicht so nice, wenn doch tiefgefroren Das sieht cool aus. Der neue Scan sieht cool aus, also mit den verschiedenen Stilen und dann reaktiv noch bei einer Sache. Müsste eher zur Eisreihe gehören als zur Ikonenreihe. Boah, was ein Eisdrache. Ha, der heißt sogar Eisdrache. Ja, wie geil sieht der denn aus? Mach ich mal das. Ja. Pottypool. Ja. Okay. Elektrofessiert. Die Kupfer wird mit der Kupfer geöffnet.